hallo und willkommen zurück auf meinem kanal groundet unser spiel und mit dabei ist der marcel hallo marcel hallo ja wie ich würde sagen wir starten gleich mal fix durch wir haben uns überlegt bärenleder brauchen wir bärenleder kriegen wir weil wir jetzt die insektenachs haben das eine super sache und trinken sollte ich auf dem weg dorthin auch noch schnell was denn in der base haben wir zwar noch ein bisschen aber am tausammler ist momentan nix das haben wir schon weggeschlupft und da habe ich doch gleich was auf dem weg dorthin werden wir auf jeden fall noch ein bisschen was mitnehmen denn mal bringt zum beispiel obwohl wir haben genug oder ja wir haben genug ja am regel haben wir noch über sehr gut atmosphil des bärenleder ja denn bärenleder ist das was wir brauchen für unsere rüstung und vermutlich noch diverses anderes aber mal schauen wie das aussieht also mindestens eine rat mit spinne ist da im tatsache ist auch eine alles klar okay okay ja aber der ist ein bisschen langsam macht ihr mal ein bisschen beine ich wollte immerhin hat er schon 6 dann taxi bringt sich wieder zurück die strecke war nicht weit genug okay so und hier habe ich schon wieder zwei rat mit spinnen also nach zwei tagen im spiel scheinen die wieder alle da zu sein dann würde ich sagen ja wie die vor geht attacke nein das sind drei schicken 9 9 damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet bist du auch dabei oder mache ich das hier alleine okay die hat mich erwischt da hinten die dritte ich bin gleich wieder da ich muss hier aus dem netz nein die hat mich erwischt die hintere die für die aus eigentlich ganz gut okay ja die hat mich von hinten angesprochen keine chance werde ich mich gerade verteidigt hatte nach dem weg auf weg sondern jetzt will man weg ist kann ich hoch und ich ja die da sind drei im weg da schaffst du nie ich stehe auf das war jetzt mal kein guter start absolut gar nicht also ich habe echt nur zwei gesehen die andere die war leicht um die ecke ansonsten hätte ich das so jetzt glaube ich auch nicht gestartet naja würde ich sagen aber ich habe zumindest mal ja dann kannst du schon mal wieder ein strich machen beim counter super da ist ja ja fix ja da kennt er nichts ich glaube ja wir sollten mal versuchen nur einer rauszupolen mit dem pfeil und bogen ja das könnte hilfreich sein ich gucke mir mal hier die stelle an vielleicht sind das hier wenigstens nur zwei oder gar keine noch besser und was ist doch da ja 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 ne vor der lauf ich jetzt mal weg weil ja verdammt nein komm 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 ok dort haben wir sie schon so ok dann ist das schon mal eine die da hinten weg ist das ist gut dann lasst uns hier durchschleichen der rucksack ist jetzt peripheren nicht so wichtig ist eben halt nur bogen und so weiter drin ok aufpassen wegen stechmücken da hinten durch das hatte ich mir schon angeguckt das geht nicht und ob man die käfer sind zwei da das hat es doch gut an gut weil wir haben noch eine stelle wochen noch fünf stück ja aber weißt du was kommen die spinnen eigentlich auch hier hoch aber die hauen nach der zeit ab deswegen muss man sie immer wieder pullen ja aber ich würde sagen die spinnen sind egal die hier unten sind ein bisschen wichtiger ja allerdings bist du schon dabei gut irgendwie schon ja ok attacke ich habe leider feil und bogen nicht dabei sonst hätte ich nämlich auch aus dem weg gegangen also hätte ich nur einen ausgeholt weil mir die animation gefördert und spritzen ok was hier los früher ist hier das ist ganz süß was du nein 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 ich habe es gesehen ich habe es gesehen allerdings zu spät und nö wird dabei steht auch bei zwei oder wie bei anderen wie bei den anderen nein nein dann kann unter steht auch bei zwei oder nicht auf jeden fall habe ich jetzt hinten zwei rucksäcke schön obwohl was vergessen ich stehe noch viel zu weit weg ja der durst ist so gut zu sagen weg das ist schön jetzt wieder die spinne also eine neue mache ich wieder ja okay ich mach die wenn man ja ist gut ist und schon darauf abzuhauen ich habe es gesehen nicht dafür hat es gleich hinter sich sehr gut und deine anderen spinnfreunde die hole ich mir heute auch noch da bin ich mir sicher okay wo steckst du gerade am hintern der welt ich habe dich letztens noch gefragt ob du den sport hier wieder hast eigentlich hatte ich den gedruck gehabt okay aber eventuell war das nachgang speichern das wäre natürlich möglich ja nein das brauche ich jetzt wirklich nicht also wirklich nein 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 mir egal ich muss auch was essen jetzt schon wieder hinter mir ich gucke da lieber nicht hin ich bin jetzt gleich bei den bombern ok ich bin bin ich hinten rum ich war ja schon da aber ich habe gerade eine stechmücke am packen alles in ordnung ich bin im wasser das denn auch nichts hier sieht mich nicht hier sieht ich nicht so ein du hast wenig gehört ja schüttel dich es kommt essen 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 so bevor jetzt hier noch ein wasserspinne auftauchen schnell wieder raus hier und ok sieht zwar dass du da hinten bist aber ich glaube die radnetzspinne die einzelne hier rumläuft die hole ich mir jetzt ja dann haben wir die nämlich auch gleich erledigt verdammt ich war zu langsam ich muss kurz warten kommst du jetzt bei drei fand ich jetzt ein bisschen heftig wenn es nur noch zwei sind dann sollte es ja eigentlich irgendwie laufen ja jetzt also ja im stein drin gewesen die ohne spinne sie sind als nächstes ist das auch ziemlich so gut aus bei mir das war die zweite auch nö und läuft heute sind gar nicht was ne das läuft überhaupt nicht also ich hätte den bombe fast tot oh was ist heute los also er spritzt da hinten hin und ja ok trotzdem bin ich bei ihm in der nähe gestorben tööö ok also du schaffst es nicht zu mir ne ne ich würde sagen wir machen es auch anders wir machen es ein bisschen anders denn wir sind beide jetzt zu sehr ramponiert und irgendwie hat das nicht so richtig gefruchtet ich starte den spielstand noch mal neu das heißt du musst noch mal neu dazu einloggen dann haben wir wenigstens wieder alles da und und ja dann sollte es laufen auf neu und neu beginnen nein 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 wir ziehen durch das kann ruhig jeder sehen ja ost und ja was ach so nein es ging gerade um das passwort nein kein passwort so speicherstand den autosave mhm nein obwohl der ist kurz danach nicht den ersten nicht den ersten nehmen nein 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 den nehmen wir ja das ist der wo wir angefangen haben uff wie ungeschickt ist das denn heute boah nö ja ja lacher haben wir garantiert auf unserer seite bis jetzt 22 ok von dem was ich möchte kriegt hat ok nee müsste drei sein du bist ja jetzt eben das dritte mal ok gut dann sind wir jetzt auch zum beispiel nicht mehr durstig wie schön ist das denn doch ich schon ja ja gut aber wir haben ja was wir hier vorne drinnen oder ja da ist mindestens einmal noch drin würde ich sagen so schnappt ihr das wurzeln tausender fertig gebaut darin sieht man das heißt der fisch stand ja auch okay das ding muss ich umdrehen aber nicht jetzt ich wusste es nicht keine ahnung ich dachte das irgendwie ja weiß ich nicht gehört dazu also habe ich nach hinten weg gedreht dachte ich dann zu sehen sich im weg ja nun wenn man das erste mal etwas aufbaut dann weiß man nicht unbedingt wie es aussieht obwohl das hätte ich doch dinge sehen müssen hier wo es ist ja klar ja man sieht es nein natürlich mal einen kleinen moment gewartet dann sieht man es hier sogar noch viel besser aber die schnäuchel sieht man hier nicht nee nein 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 die blöde spinne da oben da war eine spinne 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 ja ich sag nur eben noch mal geguckt ob hinter dir irgendwas ist ja genau komm also ich hab auch einen kopf mein herr ja ja du kannst ja nicht hinter dich gucken und die zweite kommt zieh sie raus hier dritte und die sind alle da erledigt wie haben sie vor haben sich erwischt ja die andere zu bauen ok ok ich überlege gerade ob ich noch angebete verdammt bei zwei ist doch ein bisschen heftig dass du ein hast und ich die erwischt mich jetzt auch noch was gibt es doch nicht jetzt hat sie mich von hinten erwischt nein die konnte ich ja nun nicht sehen egal ich dachte du wärst auch gerade tot gewesen weil die spinne auf mich losgeraten ist hallo ja hätte sein können irgendwann habe ich sie nicht gepult und diese auf mich losgegangen von hinten und dementsprechend bin ich davon ausgegangen du bist auch gerade tot und respawnst ach denkt dran dann respawn punkte hast du ihn geändert ja aber ich geh mal kurz zurück weil ich hab dorst ok ja wie ihr seht es läuft nicht wirklich gut heute für uns beide ja das ist nicht schön dezent nein nicht schön das hat mit dezent glaube ich nichts mehr zu tun das ist ja schon ober peinlich so aber ich hab doch feil und bogen moment krieg ich eine raus oh bei uns war eine spinne aber eigentlich sind die am pennen eigentlich sind die am pennen ich versuche mal ob ich eine rauskriege ich werde die kommen gleich beide ja war klar oh ne halt halt so ne doch nicht eine sehr gut komm raus hier komm wieso hat sie jetzt gerade dreimal gebissen jetzt ist die andere auch da komm bewegt dich ja klasse gut die eine habe ich ja schön ins wasser alles wird gut ja 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 wieso hat sie eben wieder halbes leben gehabt ich war doch die ganze zeit dran ich habe doch eben gerade erst noch zugehauen okay gut einmal aufheben bitte die war beim letzten balken und der letzte balken war noch nicht mal mehr vollständig gut feil ja okay so essenstechnisch würde ich sagen muss ich irgendwas tun ne verband verband habe ich was dabei für ein verband so natürlich nicht okay du hast nicht zufälligen verband dabei ne ich hab meinen leider schon verbraucht schade eigentlich dann brauche ich jetzt eine pflanzenfaser und idealerweise ein safttropfen die nächste nein 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 so hier ist noch ein safttropfen ja hast du saft dabei ne 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 okay nein also irgendwie kommen wir nicht zu den na ja schon zu den ja beziehungsweise die bombardierkäfer ne ich bin da grad okay wie versuchst du gerade alleine ja ich ich ärgere ein bisschen die fallen okay also bist du soweit bist du die hoffkrieg runter haben ja ich weiß nicht was also mein leben ist so weit unten das bringt nichts das ich denke mal das schaffe ich nicht aber ich meine ich habe hier irgendwo was gesehen gehabt ja da ist es doch also wenn mit saft saft gemeint ist dann ist das dieser hier ach nee ich brauche hammer ja jetzt mehr ran geht los ja sehr gut auch was habe ich da auch noch nicht wüsse da sind noch mal zwei pflanzenfaser auch noch so gut kann ich jetzt herstellen und ja dann stellen wir mal welche gut und acht ja okay ich bin auf dem weg zu dir aber nicht da lang trinken so essen würde ich doch auch ja 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 stellt sich an an der dose ist eigentlich auch noch was gewesen noch besser ja für dich muss das auch komisch sein oder ich meine du siehst ja nicht was ich gerade mache beziehungsweise wo ich bin denn wir sind ja so zwischen vier und 500 kilometer auseinander nein ich rede ja von real wir sind ja nicht zusammen in einem raum dem weg haben wir frei und gesundheitstechnisch okay sieht gar nicht schlecht aus und los geht's ja oft da weg zu laufen verbrauche ich meine ausdauer nur weil ich laufe da liegt wieder so ein sprotzer sehr schön denk an der axt jetzt weiß ich auch warum ich so viele feile in der tasche hatte vorhin oder eben gerade wahrscheinlich noch ja klar natürlich habe er jetzt nicht wieder ausgepackt was allerdings auch bedeutet meine tasche ist fast voll im moment halt 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 nö geht eigentlich sie gut aus gut sie gut aus so den zweiten hast du auch schon okay cool sammeln die feine ein bevor ich es wieder tue okay dann können wir gleich durch zu den bären und da wäre es gut wenn du links aus diesem brateil was allerdings zum braten okay ich muss erst mal gucken was ich überhaupt gerade alles bauen kann also jetzt sind nicht jetzt gucken sondern wenn wir wieder zurück sind ich hätte noch vier pilze da möchte haben ja 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 moment weit genug weg bevor du die wieder weg schießt wie mit der wasserflasche könnt ihr euch noch erinnern alte geschichten ja mein schaufel ist auch in ordnung nehmen wir noch tun mit immer noch mit ja ja momentan ist ja nichts gefährliches da ich höre nicht dass siehst du das ja auch was denn moment ich muss wieder zum drehen was den tisch tisch moment hier ist tisch wo ist ein tisch hier vor mir nein hier steht nicht sich die sind tisch nein hier ist nichts nein definitiv so nix okay weiter kommt 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 alles klar wo ich mal kurz das screenshot kann ich ja nachher zeigen oh ja noch das mal dann haben wir ein bisschen was vorzuweisen ach komm dich zu spät vielleicht jetzt na gut das machst du alles klar was denn kleber so klein bleibt trotzdem hängen und kleber ja komisch dass sie sich wegbiegen normalerweise und manches mal tun sie genau das nicht bin mal gespannt ob die wäre da immer noch und was heißt die ich da nämlich schon mal runter will du kannst aber jetzt erstmal die federn ja hauen wiss 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 standardmäßig liegen hier federn ein zwei stück ich habe hier noch keine gesehen also ist mir nicht aufgefallen ich höre doch hier schon was brumm so hoch hier halten die fehler ich war auch was brumm und komm runter und wieder stehe ich in der luft naja das ist auch super irgendwie muss ich da hoch oder wieso komme ich da nicht hoch ja jetzt so dann mal die axt rausgeholt und losgelegt hier habe sie drei stück wir wo hast du was runter geschossen ja und da komme ich oben habe ich schon mal eine wäre und auch da unten ist auch noch eine gefallen nur noch vorliegen ach so du hast sie mit links runter geholt ja teilen und bogen das ist auch keine schlechte idee noch eine nein nicht ekeliges wasser trinken noch mal drei dann pfeil den nehme ich auch mal mit ja da hinten liegt ja noch einer auf dem boden oder hast du dir auch untergeholt die habe ich auch noch untergeholt juhu was was hat er jetzt geplatscht ich hoffe nicht die wäre ich auch ich brauche nämlich recht viele ok so hier ja die insektennachs hast du vor sich bin hinter dir du siehst mich nicht so und schon wieder von marcel ein pfeil eingesammelt sieht sie mich nicht sehe ich sie nicht die ziemlich richtig eine ist klar das funktioniert immer und hier weder das ist eine große das ist eine große nicht bewegen das sind viele und viele wie viel habe ich jetzt mit drei glaube ich aufgesammelt ja 3 ja und die wäre müssen wir noch analysieren ja aber das reicht noch nicht wie viel habe ich denn im moment 13 habe ich jetzt ja und wenn wir die jetzt nicht ewig trocknen wollen wir brauchen wir glaube ich drei stück oder vier für einen bärenleder 3 stück für einen leder achso moment moment wo sehe ich das eigentlich bärenleder da ist es 13 haben wir genau und 3 brauchen wir da ist runter gekommen so oder hinten hängen ja reichlich von den dingern so cool was passiert eigentlich wenn man die auf den kopf kriegt habe ich noch nicht getestet und sollte man es mal austesten da oben kriegt eine runter steckt runter nein hier zu mir so ja die insekten achsen müssen wir auch noch machen für dich ja und hier und wir müssen es bestehen ok probieren wir einfach hoch gucken siehst du sehr ja ja ich glaube da muss ich eher dastehen könnte das hinkommen doch bescheid ja gib Gas Attacke oder es kommt ne doch voll daneben die ist auch ganz weg klasse der feige bäre nehm wir die da um ja irgendeine egal schieß ein paar runter dann machen wir den versuch später wir müssen unsere peinliche sterbe nummer von vorhin wieder raus bügeln das geht so nicht geht ja so gar nicht ja komm schon komm schon warte mal hm pilz ja den hatten wir auch um flutsch ne flutten doch sehen aus wie kiesel na das ist auch ein kiesel und das auch ah da ist noch ja sieht das aus wie ein kiesel hier ist es ein kiesel ja aber nicht immer da kommt gerade eine spinne auf uns zu also eine radnettspinne wird schnell weg naja wirklich auf uns zu kommen ist jetzt nicht da oben haben wir noch eine wäre ich hoffe ich krieg die oder dann die auf dem blatt die landet auf das sind doch die beiden kieseln ja ok wäre hier recht sollten hast du schon na nee die sind doch nicht ganz aus wie kiesel oh es wird dunkel ja ja wie gesagt wir müssen auch noch analysieren ja 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 ich bin fast tot oh und oh ja ich muss auch trinken mensch es fehlt mir gar nicht ist mir gar nicht aufgefallen so und da hinten in der mauer diese tür die momentan noch verschlossen ist die kriegen wir eine hecke aber da wirklich hingehen wenn wir giftresistent sind okay da kann ich ihnen auch gleich zeigen wo es zu großen und mutter geht oha dator spiel da fehlt das noch einiges so durstig wie ich bin baut sich die baut sich die ausdauer so langsam auf und lauf 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 so hofft ihr jetzt geht nicht schief weil uns jetzt zu wehren ist vielleicht nicht mehr so toll ja 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 komm 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 ja der ist es ab du wirst okay waren da kommen dann nehmen wir damit hier kommen wenn wir schon mal dabei sind also im moment halten wir nochmal schnell ab hier mit dem gt tisch immer noch hier ich sehe ja ausdauer ruckzuck ist wieder da nicht habe ich jetzt alle 6 5 nein du hast ein das wollte ich mir antesten ob ich vielleicht doch sechs kann alles klar rechts unten steht das wieviel tragen kannst ja stimmt ja genau rechts unten 5 von 5 alles klar habe ich nicht drauf geachtet wie so vieles warte schon wieder so ein blöder rad mit spinne da ausdauer ohne ausdauer lieber nicht durch ganz ganz andere wach werden weglaufen ja du bist gut ich gehe hierhin gleich ins wasser ja jetzt egal schutzig hier raus so habt ihr wieder auch geht's also am also ja ist klar so außer ob da eben gerade ein rosenblatt runtergekommen ist was kann mir vorstellen so ich habe eine idee ich würde sagen vor dem blatt zu unserer basis lege ich hier das graszeug ab dass du das fix schnapps in die basis bringst und ich gehe zu burgl zum analysieren also nicht zum google sondern analysieren ja alles klar wird sich doch noch ein plan an oder auf jeden fall sehr gut so ja wir haben neu getan ist ja meine brücke weg aber nicht so schlimm okay wir liegen hier rum ein stückchen trinken so sechs seien wir haben das nächste sehr gut in der kiste haben wir nichts mehr da hatte ich doch für den dings reingelegt in dem 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 mag aber ungern immer so herstellen ein bärenstuhl und hecken meister und war okay wunderbar ja aber dass wir den pilz nicht analysieren können die ich da umgehauen habe ist schade versteht ein ungültiges objekt ok na dann so ja ich würde sagen ja denke auch ich würde sagen wenn es euch gefallen hat unsere sterberate geht natürlich nach oben ist klar aber nimmt ein abo mit dann habt ihr mehr davon es geht weiter ok ja dann ich denke auch auf jeden fall na dann würde ich sagen jetzt hast du das gras immer noch nicht abgeholt da mache ich das noch schnell ok auf dem weg da rein mache ich das noch gut dann schreibt mir in den kommentaren hat es euch gefallen oder auch nicht und dann bis zum nächsten mal ciao